Jetzt schauen wir mal hier zur kleinen Trommel. Bei der kleinen Trommel ist es ja auch so, dass sie einen Schlag und eine Resonanzfelle hat und ich würde da genau die gleiche Methode wieder anwenden wie bei der großen Trommel, nur dass das Klangidealhalten anderes ist. Also es geht jetzt eben nicht darum, einen möglichst langen Klang zu produzieren, sondern die kleine Trommel, die soll ja recht knackig klingen. Das bedeutet, wir schauen uns jetzt mal an, wie das Resonanzfell gestimmt ist. Beim Resonanzfell ist es wirklich ein bisschen schwieriger, das herauszufinden, weil man halt hier immer diese Saiten hat, die mitschnarren. Das heißt, nur durch diesen Klang jetzt festzustellen, wie das Resonanzfell gestimmt ist, das ist schwierig. Deshalb macht man es hier vor allem auch über den Druck. Und was das Resonanzfell bei einer kleinen Trommel machen soll, ist ja das Geräusch vom Schlag auf dem Schlagfell auf die Saiten zu übertragen. Das heißt, das Resonanzfell an sich klingt eigentlich gar nicht. Das ist nicht der Sinn, dass das Resonanzfell klingt, sondern es soll einfach die Schwingung vom Schlagfell auf die Saiten übertragen. Und da kann man überlegen, wenn man jetzt das Resonanzfell, also bei der kleinen Trommel sind ja beide Fälle deutlich höher gestimmt als bei der großen Trommel und haben also auch eine viel höhere Spannung, dann wäre jetzt die Frage, ob man einen langen Nachklang möchte, bei dem die Saiten also länger schwingen oder ob er kurz und trocken sein soll. Und je loser das Resonanzfell hier gestimmt ist, desto länger kann es schwingen, desto länger sind auch die Wellen. Und wenn es fester gespannt ist, dann klingt es einfach kürzer, weil der Nachklang einer höheren Spannung unterliegt. Okay, jetzt versuche ich mal mit meinem Stimmschlüssel, den wir hier brauchen bei dieser Trommel, auch dieses Resonanzfell auf ein Nullniveau zu bringen. Wieder über Kreuz. Bei der kleinen Trommel kommen noch mehr Elemente auch zum Tragen und zwar eben, welches Material ist der Kessel eigentlich? Es gibt ganz viele Trommeln, die aus Metall sind und es gibt aber eben auch welche, die aus Holz sind. Das heißt, das beeinflusst den Klang wirklich massiv. Dann kommt es auf die Kesselstärke an. Also wie dick ist der Kessel gebaut? Wie viel klingt der Kessel selber schon mit? Also je dünner das Holz ist, desto mehr klingt der Kessel und je dicker das Holz ist, desto weniger klingt der Kessel. Und dann kommt es eben noch darauf an, wie dick ist die oder wie breit ist diese Auflagefläche vom Fell? Das hat auch einen massiven Einfluss darauf, wie viel das Fell klingen darf. Also je dünner die Auflagefläche ist, desto mehr hat es einen eigenen Klang dann. Und je dicker es ist, desto mehr wird auch der Fellklang dann schon wieder gedämpft. Wenn ich jetzt auf Nullniveau komme hier von dieser kleinen Trommel, dann hat man so einen Klang. Man sieht auch hier, ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht, aber man sieht auch hier so ein paar Wellen, die das Fell dann schlägt. Also das wäre jetzt ohne die Saiten wäre das so ein Flattergeräusch. Im Übrigen kommt es auch bei den Saiten darauf an, welches Material da verwendet wird. Wir sehen jetzt hier drei verschiedene Saiten. Einmal so ein gedrehter Draht. Und dann haben wir hier überzogene Saiten und hier sind einfach nur Stahlsaiten. Dann gibt es noch die Version, statt dieser Stahlsaiten Gitarrensaiten zu benutzen. Und dann gibt es noch die ältere Version, dass man Darmseiten benutzt. Und alle diese verschiedenen Arten der Saiten, die haben natürlich auch einen Einfluss darauf, wie der Klang dann ist. Also je mehr Darm, je mehr Naturmaterial und je mehr Auflagefläche, desto kürzer klingt das natürlich auch und desto trockener klingt das auch. Während hier dieses Gedrehte, der Draht hier, dieses Gewundene, da ist viel Luft dazwischen und dadurch schwingt das länger nach. Das heißt, wenn man also den längsten Klang haben möchte, dann müsste man hier unten das Resonanzfell recht tief stimmen und bräuchte einen Teppich aus diesem gewundenen Draht hier. Wenn man einen sehr knackigen und präzisen und trockenen Klang möchte, der vor allem, sage ich mal, in der lauteren Lautstärke resoniert, dann braucht man Darmseiten und ein recht kräftig angezogenes Resonanzfell. Ich würde jetzt einmal, das ist dieses Nullniveau, die Trommel nochmal rumdrehen und würde nur zu Demonstrationszwecken mal die alle drei Saiten anmachen und auf das noch fest angezogene Schlagfell spielen und zu schauen, was machen die Saiten jetzt? Wie reagiert das Resonanzfell gerade? Also man hört, dass das Resonanzfell viel zu tief gestimmt ist. Es klingt fast wie ein TomTom jetzt, ja? Und es hat aber eben diese Saiten, die da mitschnarren. Das ist eigentlich der... Ich mache mal die Saiten einmal kurz weg zum Hören. Das klingt ein bisschen wie so eine Kindertrommel, wie so eine Blechtrommel, ja? Das ist also eigentlich ein Klang, der jetzt grundsätzlich mal nicht gewünscht wird. Natürlich kann man alles machen für Spezialeffekte, ist ja logisch, ja? Also auch bei der großen Trommel kann jede Stimmung wählen im Prinzip, ne? Das hat dann einfach besondere Spezialeffekte. Okay. Jetzt würde ich einfach mal versuchen, dass wir dieses Resonanzfell, was jetzt zu sehr flattert, auch was zu lose ist, ein Stück weit anziehen. Das heißt, ich finde mal wieder dieses Nullniveau, wenn die Schrauben gerade so greifen. Also man sieht jetzt auch, dass die wirklich frei sind, ne? Dass die sich bewegen lassen, hier diese Schrauben. Also jetzt sieht man das. Man kann die sogar mit den Fingern jetzt drehen und so. Also das ist einfach viel zu los. So ist es ja auch nicht gedacht. Das heißt, wir drehen die jetzt mal so ein bisschen an, damit wir ein Nullniveau finden. Hier. Wo ich merke, dass die Schraube packt, ja? Dass die gerade so greift, hier. Und auch hier merkt man dann, wenn manche Schrauben verzogen sind, ein bisschen, oder wenn da ein bisschen Öl oder Fett fehlt, mal wieder, ja? Ich mache jetzt mal so ein Nullniveau, damit diese ganzen Falten, die das vorher geworfen hat, dass die rausgehen, ja? Das wäre für mich so ein Nullniveau dann. Und ich versuche trotzdem, alles eben über das Fingergefühl zu machen, über das Druckgefühl in meiner Hand. Und auch so, dass die alle gleichmäßig angezogen sind. Auch auf die Gefahr hin, dass auch dieses Fell schon etwas zu alt ist und eben in sich schon verzogen ist. Was bedeuten würde, dass man dann halt an verschiedenen Schrauben unterschiedliche Druckverhältnisse bräuchte, ja? Okay. Und jetzt drehe ich das mal rum und versuche nochmal zu spielen. Mal schauen, was sich da jetzt getan hat am Klang. Mal ohne Saiten zunächst. Das ist jetzt immerhin schon ein etwas höherer Klang, aber der immer noch sehr tonnig klingt eigentlich so, ja? Ich mache jetzt mal die Saiten dran. Vielleicht mal gerade nur, nur die Wired Snares. Das wäre jetzt zum Beispiel was, womit man schon arbeiten könnte, wenn man diesen Klang haben möchte, ja? Mit allen Saiten. Ich muss nochmal dazu sagen, dass ich das Schlagfell jetzt nicht verändert habe. Also das ist in der Voreinstellung, wie es jetzt war, habe ich es einfach gelassen. Ich glaube, dass das Resonanzfell jetzt schon so auf diesem Nullniveau, ne? Eine Einstellung hat, mit der man arbeiten könnte, wenn man das Schlagfell dieser Spannung ein bisschen angleichen würde. Und dann kann man damit spielen. Und dann korrelieren die zwei Fälle miteinander. Oder es gibt insgesamt einfach einen schöneren, tieferen Klang. Und dadurch natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen längerer Klang. Man hört auch jetzt, dass die Trommel so ein bisschen sinkt. Also immer, wenn ihr das Gefühl habt, die Trommel sinkt zu sehr, das könnte durchaus mit dem Resonanzfell zusammenhängen. Dass das einfach nicht genug Spannung hat, ja? Und jetzt ziehe ich das Resonanzfell mal ein bisschen mehr an noch, um sozusagen die Tiefe ein bisschen wegzunehmen. Also wenn man hier mal hört, das ist ja immer noch zu tief und das ist halt sehr weit weg auch von der Spannung des Schlagfells. Und deshalb drehe ich das mal ein bisschen höher, möchte aber mal versuchen, einfach einen grundsätzlich eher tiefen kleine Trommelklang herzustellen. Das heißt, ich gehe überall mal so etwa eine Viertelumdrehung rein. Hier hat die Schraube jetzt noch ein bisschen Spiel gehabt. Ein Einfluss darauf, wie hoch der Druck ist, haben natürlich auch die Beilagscheiben. Das sind jetzt hier zum Beispiel welche aus Hartplastik, die dann nochmal so ein bisschen Spiel erlauben auch. Wohingegen auch so Beilagscheiben aus Metall jetzt weniger Spielraum haben dann, ja? Oder weniger Spielraum lassen. Und auch wenn ihr einmal rum seid, geht trotzdem nochmal ein zweites Mal rum, weil sich dadurch, dass ihr dann eben überkreuzt die Schrauben angezogen habt, verändert sich ja auch das Verhältnis von der ersten Schraube, die ihr schon angezogen hattet. Das heißt, da muss man dann überall nochmal so ein bisschen nachziehen oder nachkontrollieren. Und dann spürt man auch, ob der Druck auf allen Schrauben recht gleichmäßig ist. Jetzt haben wir so einen Klang auf dem Resonanzfell. Das ist schon deutlich kürzer und klingt auch schon viel mehr nach der Tonhöhe vom Schlagfell. Ich mache das jetzt nochmal so, dass ich die Saiten wegnehme. Und jetzt sind wir schon sehr nah an dem Klang dran, womit man wirklich als kleine Trommelspieler arbeiten könnte. Das ist zwar immer noch tief, die Trommel hat aber immer noch so einen eigenen Klang, den ich eigentlich mag, ja? Er darf halt nur nicht zu lange klingen. Und das findet man jetzt raus, indem wir die Snares mal dran bauen. Also das ist jetzt schon ein Klang, mit dem ich arbeiten kann, weil man gut die Saiten hört, die Saiten sprechen gut an. Es ist vielleicht ein bisschen zu lange vom Nachklang noch von den Saiten, aber insgesamt könnte ich mit so etwas arbeiten. Jetzt ist es für mich so, dass das Schlagfell momentan eine sehr starke Spannung hat. Das ist sehr hochgezogen momentan, ja? Ich würde mal versuchen, dass wir vom Schlagfell uns dem Resonanzfell ein bisschen annähern. Das heißt, ich mache auch hier ein Nullniveau. Ich entspanne also komplett das Fell mal und lasse die Schrauben wirklich weg vom Reif, sodass sie den gar nicht mehr greifen. Ja, einfach mal umzuschauen, auf welchem Niveau ist das Fell. Und auch dieses Fell, darf ich gleich dazu sagen, ist eigentlich recht alt und schon lange gespielt. Das heißt, es kann durchaus sein, dass wir das jetzt merken beim Druck, dass wir von vornherein einen höheren Druck aufbauen müssen, damit überhaupt ein guter Klang rauskommt. Es gibt auch kleine Trommeln, die mit Naturfell gespielt werden. Und Naturfell ist von Natur aus ein bisschen weicher im Anschlag und im Spielgefühl. Und ich mag es auch, wenn das Naturfell nicht so straff gespannt ist, sondern wenn man da wirklich auch merkt, dass es ein Naturfell ist und eben nicht so tut, als ob es ein Plastikfell wäre. Hat natürlich Auswirkungen auf die Spielart und Weise. Weiches Naturfell muss man entsprechend auch weicher spielen, damit es nicht reißt. Vor allem, wenn es tiefer gespannt ist. Und jetzt sieht man, dass hier auch das Fell schon wieder so Falten wirft. Und wenn das Fell abgezogen ist, dann sieht man richtig, dass hier sozusagen die Hauptspielstelle ist. Da ist es am meisten mal trätiert worden, das Fell. Das bedeutet also, man braucht wahrscheinlich schon ein bisschen Druck, um dieses Fell überhaupt zum Klingen zu bringen. Das heißt, diese ganzen, die kleinen Mäkel, die Makulatur auszugleichen. Und so etwas macht sich halt dann beim Plastikfell wieder viel stärker bemerkbar. Ich mache das jetzt nur aus Demonstrationszweck einmal ein abgespanntes Fell. Natürlich kein Klang, den wir gebrauchen können oder so. Man hört, das ist wie Papier oder Karton, das man spielt. Aber was man merkt, ist, dass hier unten das Resonanzfell und die Seiten, die resonieren. Die haben jetzt einen weichen, langen, matschigen Klang. Das heißt, es geht wirklich ums Zusammenspiel zwischen einem gesund eingestellten Resonanzfell und einem Schlagfell, das dem eigenen Spielgefühl ausgerichtet ist, aber auch eben dem Klang ideal. Die zwei, die müssen jetzt gut miteinander korrelieren. Das heißt, ich versuche mal, auf dem Schlagfell wieder ein Nullniveau hinzubekommen, wo die Schrauben eben nicht mehr ganz lose sind, sondern wo die so ein bisschen schon greifen. Das wäre dann das Nullniveau. Und dann sieht man bei dem Fell schon, dass es immer noch diese Wellen schlägt. Und die kann man natürlich nicht gebrauchen. Das heißt, ich brauche es jetzt eigentlich gar nicht anspielen. Wir müssen also ein Nullniveau herstellen, wo dieses eher alte Fell ausgeglichen scheint. Jetzt habe ich schon so eine gewisse Tonhöhe erreicht. Und das Fell ist aber immer noch wellig. Das heißt, ich brauche noch mehr Druck. Man sieht also, wie viel Druck ich da jetzt eigentlich auf dieses Schlagfell ausüben muss, damit es überhaupt ausgeglichen ist. So, jetzt habe ich hier nach mehreren Umdrehungen ein Nullniveau erreicht. Und das Nullniveau klingt so. Und das ist für eine kleine Trommel viel zu lange natürlich. Das kann man für bestimmte Effekte mal einsetzen. Ich mache mal vor, wie das klingen würde, wenn ich jetzt die Seiten dran spanne. Man würde jetzt sagen, dass die kleine Trommel zu sehr sinkt. Und wenn sie das tut, dann ist einfach die Fellspannung am Schlagfell noch zu gering. Allerdings vom Spielgefühl her, wenn das jetzt ein Naturfell wäre, ist das gar nicht so verkehrt. Weil man sich schön langsam bewegen kann und halt weiche Bewegungen machen kann. Aber der Klang ist einfach noch keine kleine Trommel. Das heißt, wir müssen den Druck noch weiter erhöhen. Und ich mache das jetzt noch einmal mit Gefühl, nach Gefühl sozusagen. Immer so eine Dreiviertelsumdrehung vielleicht. Das spürt man dann auch im Laufe dessen, dass man das Fell aufzieht oder die Spannung erhöht. Dass es einfach noch lange dauert oder dass man schon fast da ist. Und je öfter man das macht, desto mehr bekommt man dafür auch ein Gespür. Und jetzt habe ich so ein Niveau erreicht, wo ich sage, okay, wenn ich jetzt die Seiten dran mache, dann könnte es schon nach einer gut klingenden kleinen Trommel klingen. Das probiere ich jetzt aus. Das ist gar nicht so verkehrt. Also die klingt sympathisch, die sinkt noch ein bisschen. Das heißt, die hat ihren Eigenton behalten, was ich eigentlich mag. Und sie ist aber trotzdem trocken im Klang. Das heißt, das Resonanzfell und das Schlagfell, die resonieren jetzt gut miteinander. Das wäre also eine sehr schöne grundsätzliche Einstellung für die kleine Trommel. Jetzt möchte ich euch zeigen, wie man zusätzlich, gerade bei Plastikfällen, noch eine Feinabstimmung hinbekommt. Und zwar müsst ihr dazu die Mitte wegdämpfen hier. Und direkt an den Schrauben mal über die Tonhöhe versuchen herauszuhören, wie die Spannung ist. Und man hört jetzt, dass diese beiden Schrauben minimal unterschiedlichen Klang haben. Das heißt, ich würde jetzt den Druck auf der einen Schraube ein bisschen erhöhen, damit ich bei der anderen Schraube vielleicht sogar ein bisschen erniedrige, um gleich zu kommen. Mal schauen. Und das kann man jetzt mit allen Schrauben sofort sehen. Bis wirklich an jeder Schraube der gleiche Druck herrscht. Übrigens haben auch die gegenüber linken Schrauben etwas damit zu tun, wie das Spannungsverhältnis am anderen Ende des Fels ist. Was man damit erreichen möchte, ist halt, dass sozusagen alle Schrauben den identischen Klang haben. Und dass man dann gar keine Unschärfe mehr drin hat. Für mich persönlich ist das aber gar kein Ziel. Also man benutzt vor allem deshalb Naturfälle, dass es eben keinen gleichmäßigen Klang gibt. Das Naturfälle gleicht selber so ein bisschen aus Unebenheiten, aber trotzdem ist immer eine gewisse Unschärfe drin. Und das ist eigentlich das, was mir beim kleinen Trommelklang sympathisch ist und was auch diese Wärme im Klang gibt. Wenn man jetzt wirklich einen ganz klaren, brillanten Ton hat, dann hat das von Anfang an so eine gewisse Kälte und auch Schärfe drin. Aber das kann natürlich durchaus gewollt sein. Jetzt möchte ich noch mal kurz mit den Seiten anhören, wie es tut, wie es so klingt. Man merkt jetzt, dass am Rand die Seiten noch nicht so richtig ansprechen. Das ist aber eigentlich nicht ein Problem der Felspannung, sondern das könnte man über die Seitenspannung dann lösen. Dass man da sozusagen das Gedrehte ein bisschen lockert, damit es anspricht, wenn man weiter draußen ist. Oder wenn es ein bisschen zu lasch klingt, dann kann man auch die Seiten wieder ein bisschen fester anspannen, damit die nicht so lange nachklingen. Das wäre jetzt mal das Grundsätzlich zur kleinen Trommel. Das wäre jetzt mal das Problem der Felspannung.